Ich habe vor einer Woche, es war nicht bei Spiegel Online, aber bei Focus Online, gelesen, dass da in den Kommentaren stand, ja, das ist sehr gefährlich, was in einem Konvoi ist, da könnten ja Wachen drin sein. Und andere haben sich dieser Meinung angeschlossen. Da habe ich auch einen kleinen Kommentar verfasst. Das geht ganz einfach. Man meldet sich mit seiner Internetadresse an, bekommt dann einen Code und dann kann man auch einen Kommentar abgeben. Und da habe ich geschrieben, ja, ich befürchte auch, was die vorgegangenen Kommentatoren geschrieben haben. Ich nehme auch stark an, im ersten LKW ist die zweite, die fünfte und die 28. russische Armee. In dem zweiten LKW ist die komplette U-Boot-Flotte. In dem dritten LKW sind vier Panzerdivisionen. Und natürlich hat man die LKWs geöffnet, hat aber nichts gesehen, weil die haben sich alle hinter einem Babynahrungsglas versteckt. Also ihr habt schon die Möglichkeit, da ein bisschen Gegendruck zu machen. Also ich mache das, sobald ich Zeit habe. Und wenn mir das alles zu bunt vorkommt, versuche ich das mit ein bisschen Ironie oder man kann schon sagen Zynismus, da ein bisschen dagegen zu gehen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass immer mehr Menschen aufwachen und merken, dass wir belogen werden bis zum Anschlag. Auch habe ich mich gefragt, als Frau Merkel in Kiew war und 500 Millionen der Kiewer Regierung zugesagt hat, was mit dem Geld gemacht wird. Das ist jetzt mal sekundär. Aber ich verstehe nicht, dass die Kiewer Regierung oder Armee Städte wie Lugansk und Donetsk bombardiert, mit Artillerie da reinhaut. Und Frau Merkel das noch mit 500 Millionen unserer Steuergelder unterstützt. Also ich wünsche mir eigentlich, dass die vor das Hager Kriegsverbrechertribunal geholt wird und dort irgendwann mal die siebte Luft abgeben hat. Danke. Danke. Danke.